Ich zeige dir heute mal ein Menü, worüber eigentlich nie einer spricht. Oder ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Aber ich will dir mal folgendes zeigen. Und zwar vielleicht kennst du ja die Thematik des Problemen, du erstellst eine Ebene, eine Einstellungsebene. Und permanent ist dieser Zahlenwert in der Einstellungsebene im Eigenschaftenfenster ausgewählt. Sprich, stell dir vor, du erstellst so eine Einstellungsebene und möchtest halt über einen Tastenkürzel, auf ein irgendein anderes Werkzeug wechseln. Das funktioniert aber nicht, weil ständig im Eigenschaftenfenster eine Zahl schon ausgewählt ist. Und solange diese Zahl ausgewählt ist und du darin schreiben kannst, kannst du nicht auf andere Werkzeuge wechseln. Kannst du keine Tastenkürzel in Photoshop anwenden. Das ist eine Frage, die jetzt gar nicht so lange her in der Akademie gestellt wurde. Und zwar in einem Live-Call. Und wir sind dir mal kurz auf den Grund gegangen, woher das eigentlich kommt und wie wir das abschalten können. Und genau das will ich dir jetzt mal zeigen. Ich will dir ein Menü zeigen, über das tatsächlich bis jetzt gefühlt noch nie einer gesprochen hat. Pass auf. Ich zeige dir mal, was ich meine. Und zwar, ich schließe mal das hier. Ich nehme mich mal mit auf meinen Rechner. Und wenn ich jetzt hier im Korrekturenfenster, wenn du das Fenster nicht siehst, gehst du auf Fensterkorrekturen, mal eine Einstellungsebene anlege, wie zum Beispiel, sagen wir mal die Farbbalance. Dann siehst du, ist jetzt hier der erste Zahlenwert, der erste Parameter, stets ausgewählt. Und jetzt kann ich versuchen, hier irgendeinen Tastenkürzel zu drücken. Du hörst es. Das heißt, ich drücke die Tasten die ganze Zeit B, V oder C, um halt die entsprechenden Werkzeuge auszuwählen. Es funktioniert aber nicht, weil das hier ausgewählt ist. Erst wenn ich hier einmal wegklicke, ja, oder das bestätige mit Enter, kann ich mit der Taste B auf den Pinsel wechseln. So, pass auf. Und jetzt zeige ich dir, wie wir das ausstellen können. Das gilt im Übrigen für alle Einstellungsebenen. Ob es jetzt schwarz-weiß ist, der erste Parameter ist ausgewählt. Sei es, Gradationskurve nicht, aber Helligkeit, Kontrast, erster Parameter ist ausgewählt. Selektive Farbkorrektur, erster Parameter ist ausgewählt. Pass auf, im Eigenschaftenfenster. Klickst du auf dieses Burger-Menü. Es ist so einfach. Und dann ist es hier der erste Parameter. Und es ist ganz egal, was für eine Einstellungsebene jetzt angelegt ist oder gar keine, was auch immer. Auch wenn wir keine haben, können wir im Eigenschaftenfenster, oh doch, wir brauchen eine, doch, dann brauchen wir tatsächlich eine. Eine Einstellungsebene brauchen wir, um diesen Befehl hier oben zu deaktivieren. Parameter automatisch auswählen. Wenn ich den jetzt deaktiviere, ja, jetzt ist er hier deaktiviert. Und ich jetzt Helligkeit, Kontrast auch anlege, sind diese Werte nicht ausgewählt. Und ich kann jetzt ganz einfach mit den Tasten mein Werkzeugstapel durchgehen. Okay? Erstens können wir hier auch Parameter automatisch auswählen, deaktivieren und aktivieren. Wir können jegliche Einstellungsebene anlegen und wir können hier unten zwei weitere Punkte mit anwählen. Und zwar standardmäßig eine Maske hinzufügen und auf Ebene beschränken. Standardmäßig auf Maske hinzufügen bedeutet, sobald ich eine Einstellungsebene anlege, hat diese keine Ebenemaske. Wenn das deaktiviert ist. Im Korrekturenfenster ist das jetzt deaktiviert. Aktiviere ich das und ich gehe jetzt nochmal auf die Belichtung, dann bekommt meine Einstellungsebene automatisch eine Ebenemaske. Wenn ich die Checkbox unten drunter aktiviere, auf Ebene beschränken, bedeutet das, dass meine Einstellungsebene automatisch eine Schnittmaske auf die darunterliegende Ebene bekommt. Lege ich jetzt eine Belichtung an, dann sehen wir, haben wir automatisch eine Schnittmaske. Deaktiviere ich den Punkt wieder. Zack. Und ich erstelle eine Belichtung, kriegen wir eine Einstellungsebene. Ohne Schnittmaske. Ja, kannst du natürlich alles nachträglich anlegen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber je nachdem, was dein Workflow oder wie dein Workflow aufgebaut ist, ist das eine schöne Möglichkeit, sehr, sehr schnell und zielorientiert damit zu arbeiten. Das ist das, was ich dir heute einmal zeigen wollte. Vielleicht kennst du das ja schon. Wenn ja, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn nicht, dann freut es mich, dass ich dir das hier einmal zeigen durfte und dir vielleicht die Funktion aufzeigen konnte, dass man diesen Parameter automatisch auswählen, deaktivieren kann. Ja, wie gesagt, war eine Frage aus dem Live-Call, die wollte ich hier mal mit aufgreifen, weil ich die eigentlich ziemlich wichtig finde. Und wenn du mehr zu den Live-Calls bzw. zu der Academy wissen möchtest, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link, da kommst du zu einer Seite und da kannst du dich gerne für ein Beratungsgespräch anmelden, wenn du auch Interesse an der Akademie hast. Ja, kurz gesagt, es ist eine begleitende Weiterbildungsform im Bereich der Bildbearbeitung und zwar begleite ich dich von Anfang bis zu deinem gewünschten Ziel und auch darüber hinaus und wir haben zweimal in der Woche sogenannte Live-Calls, wo wir genau für solche Fragen da sind, um solche Themen zu besprechen, Probleme zu lösen, egal ob zu den Lerninheiten oder allgemein auch zu eigenen Projekten, zu Bildern, zu Bildbearbeitung, zu Kunden, zu Kundenaufträgen, zur Selbstständigkeit und alles, was eben auch dazugehört. Und ja, auch das Business oder der Hobby-Anwender ist dort sehr, sehr gerne gesehen und willkommen. Okay? Also, wenn du dazu mehr wissen möchtest, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link und wie gesagt, da ist das Versprechen, dass wir dich nicht mehr alleine lassen, dass du stets deine Fragen loswerden kannst und dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Okay? In dem Sinne, lass mir gerne einen Daumen da, wenn dir das Ganze gefallen hat, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video, da würde ich mich sehr freuen, wenn du auch wieder mit einschaltest. Empfiehl auch gerne diesen Kanal, weil lass uns doch mehr Menschen an dem ganzen Wissen teilhaben, weil dafür machen wir das ja, dass wir die Informationen zu diesem ganzen Thema an viele, viele Menschen rausbringen können, dass viele Menschen mit der Bildbearbeitung einfach für sich durchstarten können. Okay? Also, wäre super, wenn du mich dahingehend unterstützt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis dann.